Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge hinlegen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere kommt und du keine Kratzer im iPhone kriegst. Schalte dein Gerät aus, um es bei der Reparatur nicht zu beschädigen. Drücke dafür ca. 3 Sekunden auf den Standby-Button, bis der Slider erscheint. Wische den Slider von links nach rechts. Jetzt fährt das iPhone komplett runter. Das kann bis zu 10 Sekunden dauern. Entferne jetzt die Gehäuseschrauben. Um das iPhone SE zu öffnen, brauchst du einen Pentalob-Schraubendreher. Entferne beide Pentalob-Schrauben an der unteren Gehäusekante rechts und links neben dem Lightning-Konnektor. Hebe jetzt das Display ab. Vermeide Kratzer auf der Rückseite des iPhone SE, indem du es auf einen weichen und sauberen Untergrund legst. Um das Display abzuheben, brauchst du einen Saugnapf und ein Hartplastik-Plektrum. Wenn die Scheibe stark gebrochen ist, klebe vorher einen Streifen Klebeband drauf. Achtung, du kannst dich durch Glassplitter verletzen. Klebe den Saugnapf, wenn möglich, über dem Homebutton auf. Zieh das Display mit dem Saugnapf hoch und drück gleichzeitig den Rahmen mit dem Hartplastik-Plektrum nach unten. Dabei musst du das Plektrum zwischen Rahmen und Display einführen. Dafür brauchst du meistens mehrere Versuche. Wenn du einen Spalt geöffnet hast, kannst du das Plektrum leicht drehen, um ihn weiter zu öffnen. Sobald sich das Display wenige Millimeter anheben lässt, musst du dich vorsichtig außen herum weiterarbeiten, bis es an beiden Seiten gelockert ist. Klappe das Display aber noch nicht auf. Du musst erst den Homebutton lösen. Hebe dazu das Display nun leicht an. Der Homebutton ist mit einem Abdeckblech befestigt. Löse das Abdeckblech vorsichtig mit der Pinzette. Wenn das Abdeckblech entfernt ist, kannst du den Homebutton-Stecker vorsichtig mit einem Swudger trennen. Jetzt kannst du das Display weiter aufklappen. Klappe es aber auf keinen Fall weiter als 90 Grad auf, weil sonst die Flexkabel hier oben beschädigt werden können. Um Kurzschlüsse bei der Reparatur zu vermeiden, solltest du immer zuerst den Akku trennen. Der Akku-Konnektor und der Konnektor des Lightning-Flexkabels liegen unter einem Abdeckblech. Dieses Blech ist mit zwei Philips-Schrauben befestigt. Entferne diese Schrauben und hebe das Abdeckblech mit einer Pinzette ab. Hebe dann den Akku-Stecker vorsichtig mit dem Spudger ab und biege ihn etwas zur Seite. Jetzt kannst du die Display-Konnektoren trennen. Entferne dazu die vier verschieden langen Philips-Schrauben vom Abdeckblech und lege sie gemeinsam ab. Hebe dann das Abdeckblech ab. Trenne vorsichtig die drei überlappenden Stecker nacheinander. Gehe mit dem Spudger ganz leicht unter jeden Konnektor und hebele ihn ab. Wenn alle Konnektoren gelöst sind, kannst du die Display-Einheit abnehmen. Der Akku ist mit zwei Klebestreifen ins Backcover geklebt. Die Klebestreifen haben zwei Laschen. Daran kannst du sie leicht herausziehen. Um besser an die Klebestreifen zu kommen und nicht zu beschädigen, solltest du einige benachbarte Bauteile ausbauen. Entferne als erstes den Lautsprecher. Trenne den Lightning-Konnektor und das Antennenkabel vorsichtig mit dem Spudger. Löse dann die sieben Philips-Schrauben, die den Lautsprecher und das Lightning-Konnektor-Flexkabel befestigen. Sortiere die Schrauben auf deiner Magnetmatte so, wie sie im Gerät angeordnet sind, damit du sie leicht wiedererkennst. Hebe den Lautsprecher dann mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig aus dem Gehäuse. Beachte dabei, dass der Lautsprecher mit zwei Nasen im Gerät gehalten wird. Drehe den gelösten Lautsprecher jetzt vorsichtig aus dem Gehäuse. Trenne danach das Flexkabel für den Lightning-Konnektor. Das Flexkabel ist in das Backcover geklebt. Erhitze es mit einem Heißluftgerät, um den Kleber zu lösen. Jetzt kannst du mit einem flachen Werkzeug unter das verklebte Kabel fahren. Arbeite besonders vorsichtig und langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen. Löse dann den Lightning-Konnektor und den Audioausgang vom Rahmen. Ist alles gelöst, kannst du das Flexkabel Stück für Stück rausheben. Jetzt kommst du gut an den Akku und kannst ihn ausbauen. Der Akku ist mit zwei Klebestreifen im Backcover verklebt. Am Ende der beiden Klebestreifen ist eine doppelte Zuglasche auf der Akkuoberseite verklebt. Du kannst die Zuglasche auch mit einer Schere zerschneiden, um die Klebestreifen einzeln rauszuziehen. Falte diese Zuglasche auf und ziehe vorsichtig in einem flachen Winkel daran, um die Klebestreifen rauszuziehen. Halte den Akku und das Gerät fest, während du ziehst. Ziehe die Klebestreifen möglichst flach und gleichmäßig heraus. Reißt ein Klebestreifen, kannst du den Kleber mit Heißluft erwärmen und danach den Akku mit einem breiten Spudger vorsichtig heraushebeln. Schaut noch ein Stück Klebestreifen raus, versuche es mit einer Pinzette zu greifen und weiter rauszuziehen. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen. Ist der Kleber gelöst, kannst du den Akku rausnehmen. Entferne dann noch alle Klebereste. Nun kannst du den neuen Akku einbauen. Um den Akku ins Backcover zu kleben, musst du zwei neue Klebestreifen anbringen. Die Klebestreifen müssen so positioniert sein, dass die beiden Spitzen knapp vor dem Lautstärke-Kontrollkabel enden. Entferne zuerst die blaue Schutzfolie. Die Streifen sollten mittig zwischen Logicboard und Rahmen liegen. Drücke die Klebestreifen fest mit den Fingern auf die Rückschale, damit sie beim Abziehen nicht an der Schutzfolie hängen bleiben. Entferne dann die rosa Schutzfolie. Positioniere den Akku wieder mittig auf dem Klebestreifen. Die schwarze Lasche der Klebestreifen hilft dir beim Ausrichten. Beachte dabei, dass genug Abstand zwischen Akku und Logicboard bleibt, um das Akku-Flexkabel anzuschließen. Falte die schwarze Lasche nach oben und klebe sie auf die Oberseite des Akkus. Bau jetzt den Lightning-Connector wieder ein. Lege den Lightning-Connector an seine ursprüngliche Position im Backcover. Stelle sicher, dass das Mikrofon mit dem Gummisiegel, der Lightning-Connector und die Kopfhörerbuchse korrekt am Rahmen anliegen. Drücke das Flexkabel gut an, damit sich der Kleber besser mit dem Backcover verbindet. Bringe danach den Lautsprecher wieder an. Drehe den Lautsprecher jetzt in seine Position. Beachte dabei, dass der Lautsprecher mit zwei Nasen im Gerät gehalten wird. Befestige den Lightning-Connector und den Lautsprecher dann noch mit den 7 Phillips-Schrauben. Verbinde dann den kleinen Antennenkabelstecker. Positioniere ihn über seinem Steckplatz und drücke ihn dann fest. Schließe jetzt noch den Connector des Lightning-Flexkabels am Logicboard an. Schließe jetzt die Flexkabel des Displays an. Manchmal brauchst du mehrere Versuche, um die Stecker des Displays wieder anzuschließen. Sei sehr vorsichtig, da die Stecker leicht kaputt gehen. Leg jetzt das Abdeckblech wieder auf und schraube es fest. Jetzt kannst du den Akku anschließen. Stecke den Connector des Akkus wieder auf seinen Steckplatz am Logicboard. Danach legst du das Abdeckblech auf und verschraubst es mit den zwei Phillips-Schrauben. Damit das Display verschlossen werden kann, schließe den Homebutton wieder an. Positioniere das Flexkabel über dem Steckplatz und drücke es dann fest. Das ist etwas schwieriger und kann ein paar Versuche brauchen, bis es richtig sitzt. Lege dann das Abdeckblech auf und hack es ein. Jetzt kannst du dein iPhone wieder verschließen. Klappe das Display um und drücke es überall vorsichtig rein, bis es komplett im Rahmen liegt. Das Display muss bündig mit dem Rahmen abschließen, es darf also nirgends überstehen. Befestige jetzt noch die zwei Pentalobe-Schrauben am Gehäuse links und rechts vom Lightning-Connector. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise kannst du gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen dir da gerne weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und lass uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.